Konventsgebäude Mit der Ansiedlung des Deutschen Ordens um ca. 1214 und dem Übertragen der Johanneskirche an die Deutschherren wurde im Jahre 1244 hinter dem Chor der St. Johanneskirche die Komturei errichtet. Die Plauner Komturei war die älteste und bedeutendste im Vogtland. Die historischen Wesenzüge lagen nicht allein in Ausstattung, Verwaltung und Betreuung der Kirchen, sondern auch in der Führung der Kanzlei der Vögte. Alle Schreiber und Notare der Vögte von Plauen kamen aus dem Deutschordenshaus. Nach der Reformation und dem damit verbundenen Untergang des Deutschen Ordens diente die Gebäude als Schule, Superintendentur, Archiv, Wohnraum und Lager. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Komturhof schwer zerstört. Lediglich das Konvenzgebäude konnte notdürftig als Ruine gesichert werden. Zum Glück blieben große Teile seiner ursprünglichen mittelalterlichen Struktur erhalten. Auch sind noch Reste eines vorgelagerten Turmes zu sehen, der als Dansker bezeichnet wird. Der Dansker ist eine Toilettenanlage, die in einem Turm über ein fließendes Gewässer existierte. Von hier gelangte alles in den Mühlgraben. Dansker findet man vor allem an deutschen Ordensburgen. Sie gelten als Architekturdenkmäler des 13. und 14. Jahrhunderts. Das Konvenzgebäude in Plauen gehört zu den bedeutendsten, mit dem Wirken des Deutschen Ordens verbundenen Denkmalkomplexen im Freistaat Sachsen. Es ist das einzige erhaltene Gebäude des Ordens in Mitteldeutschland. Im Jahre 2006 hat man mit der umfassenden Restaurierung des Gebäudes begonnen, Grundlage bilden historische Vorlagen. Das Konvenzgebäude wird schon jetzt durch ehrenamtliche Arbeit des Konturhofvereins in den Sommermonaten für verschiedenste öffentliche Veranstaltungen genutzt. Mit seinem beeindruckenden Baukörper und der außergewöhnlichen Akustik ist es hervorragendes Ambiente für Konzerte, kirchliche Veranstaltungen oder mittelalterliche Spektakel.